Eins wollte ich noch sagen. Das Auto habe nicht ich geführt. Ich war im Auto drin und dann war so ein komisches Geräusch so alles so ja und so hell am Himmel. Ich habe es genau gesehen und da war ein Ufo, ein ganz großes Ufo, so riesengroß, so ganz hell, so laut und das Ufo hat mein Auto gesteuert, ferngesteuert, verstehst du? Ferngesteuert. So war das alles. Von einem Ufo wurde mein Auto ferngesteuert. Und die haben mich in die Leitplanke reingemacht und haben mich da stehen lassen. Ja, diese Ufo-Leute. Da gibt es ganz viele davon, von den Ufos. Ja. Nur man sieht die nicht immer. Manchmal kommen die und dann sind sie wieder weg. Von einem Ufo wurde mein Auto gesteuert. In die Leitplanke rein. Ja. Verdammt nochmal, so. Von einem Ufo. Von einem Ufo. Ferngesteuert hier mit so einer Fernbedienung da. Oder was da alles gibt. Ja, was die hier alles haben, weiß, das wissen wir noch alles nicht. War ganz hell, ganz groß und so. Runde oder so ähnlich da. Ganz hell, laut. Man. Von einem Ufo wurde das gesteuert. Leute. Von einem Ufo. Versteht ihr das? Mein Gott. Ich kann es immer noch nicht glauben von einem Ufo hier. Von einem Ufo. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, he he he. Nicht ihr hat ein Ufo mal gesehen, ja? Oder wird von einem Ufo ferngesteuert und so, ja? Ich bin von einem Ufo ferngesteuert worden, meine Freunde. So, ich gehe jetzt mal irgendwas machen, ja? Scheiße, da. So, macht's gut. Adios. Und so, ciao. Uppala. Ufo, es gibt.